Herzlich Willkommen zum Football Manager 2016, Folge 68, ne Folge 67, jetzt geht ja gut los. Wir haben beim letzten Mal Champions League gespielt, gegen Ajax Amsterdam, 13-0 gewonnen und in Newcastle ganz dumm, nur unentschieden. Drückend überlegen, aber mein Innenverteidiger Adarabi Jojo dachte sich, ich schenke dem Gegner den Ball und dadurch haben wir nur einen Punkt geholt. Haben den Patzer von Arsenal nicht nutzen können und hängen jetzt wieder hinten dran, weiterhin mit 4 Punkten, aber wir kommen denke ich mal voran. Das Team ist gefestigt, das Team zeigt gute Leistung, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das dauerhaft halten können. Weiterhin mit 4 Punkten, Stream funktioniert auch. Eine Folge wurde heute Mittag aufgenommen, ging um 12, auch bei Twitch. Da war nicht so viel los wie abends, das denke ich mal normal. Da könnte ich alle Student sein und den Tag über Zeit haben zu spielen. Und Winston Company hat sich verletzt. Erwartet Behandlung. So, ich entscheide das gar nicht. Nach dem Testspiel, was jetzt ansteht, haben wir ein Heimspiel gegen Hals City, was wir eigentlich wieder gewinnen müssen. Dann ein schweres Champions League Ausgangsspiel in Marseille. Und danach das Top-Derby gegen Manchester United, das Manchester-Stadt-Derby. Und das wird wichtig, vor allem für die Fans, für meine Bewertung. So, mein Spieler Berahino hat bei der Nationalmannschaft ein Tor geschossen. Das ist doch sehr schön. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder im Urlaubsmodus die ganze Zeit das Testspiel angehen, denn sind eh nicht so viele Spieler da, deswegen lohnt es sich kaum. Es ist nur für die, die da sind, dass die im Spielrhythmus bleiben oder zumindest Spielpraxis bekommen. Die Bewertung spielen immer CPD Junior. Ich weiß gar nicht, welches Land das ist. Letztes Mal habe ich, glaube ich, gerätselt, Chile oder so oder Peru. Wohl in Mittel- oder in Südamerika, denke ich mal. Luis Cook hat sein erstes Länderspiel bestritten. Herzlichen Glückwunsch. Sie können sehr stolz auf ihre Leistung und ihre Visitenkarte sein, die sie abgegeben haben. Er zahlt doch wesens Gehalt, wenn ihr die ausleihen wollt. So, mal gucken, wie viele Leute da sind, ob ich das Testspiel bestreite. Ne, ist ja keiner da. Na ja, also für die drei, vier Leute muss ich nicht selber da bleiben, dann gehe ich in Urlaub den einen Tag. Aktuelle Spieltaktiken benutzen, falls möglich mit aktueller Mannschaftsausstellung spielen. Wie das Spiel ausgeht, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, keine Leute aus der Stammhelf da sind. Deswegen hat es keine Aussagekraft. Wenn er jetzt meine Reserve verliert, gut, haben sie halt verloren. Wenn meine Reserve gewinnt, gut, haben sie halt verloren. 0-0. Da haben sie nichts von beiden gemacht. Aber David Silva hat schlecht gespielt, er wird trotzdem bestraft. So sehr interessiert mich das Spiel dann doch, denn bestrafen macht immer Spaß. Vor allem, wenn es gerechtfertigt ist und die Spieler deswegen nicht rumjammern. Hoch überlegen gewesen ist, haben wir wieder die Chancen nicht genutzt. Das ist wie in Newcastle gewesen. Also, ich glaube, Starling alleine 300 prozentige vergeigt hat. Ach, wenn der 10 Länderspiele macht, muss ich Lissabon 9,5 Millionen zahlen. Naja, wir haben es ja. Verstehe die Frage nicht. Bisschen weitermachen, bis es dann gegen Hull geht und dann haben wir wieder richtige Spielaction. So. Das Kukat gut trainiert, das gefällt mir. Der wird auch mal richtig gut werden. Also, eigentlich ist das ja schon, aber ich habe den gekauft. Das heißt, einer von den Spielern, die gut werden sollen, weil es geht auf mein Handeln zurück, dass der da ist. Albertus. Da geht natürlich wieder das Geld. Alex Oxlade-Chamberlain hat getroffen. Auch ein cooler Spieler. Auch einer, den wir uns nicht leisten können. Und eigentlich auch einer, den wir uns nicht leisten wollen, weil auf der Position sind wir ausreichend besetzt. Das ist keine Position, wo ich sage, den müssen wir haben. Ach, nehmt noch mit für einen Monat, das hier abdannend. Und die Musik kommt mir auch so vor, als hätten wir die schon mal gehampt. Irgendwie sagt mir dieses eintönige . Das ist nicht so dumm, 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 was. Aber ich hatte glaube ich manche Lieder schon mehrfach in dem Let's Play. Wundert mich hier gar nichts mehr. Jetzt spielen wir das Mittwoch Das heißt wir haben eine angenehme Pause dazwischen Also für englische Woche ist das eine angenehme Pause Noch besser war es Wir hätten natürlich gleich Freitag gespielt Also du gehst mal da hin Währenddessen läuft wieder EM Die Schweden müssen gegen Belgien gewinnen Sonst sieht es ganz schlecht aus Italien ist ja schon Gruppensieger Wie es natürlich ist, der Gruppensieger kriegt vermeintlich die leichteren Gegner Als die Gruppenzweiten und Gruppendritten Deswegen spielt der Gruppensieger Italien gegen Spanien Die sind letzten beiden Male Europameister geboren Deutschland hat die Slowakei als Gegner im Achtelfinale Gute Freistoßpositionen Warten wir mal, gucken wir uns das mal an Und was macht Bällchen draus? In die Mauer Kevin de Bruyne nur in die Mauer Da wird er hier bei mir im Manager jetzt auch gleich den Stammplatz verlieren Wenn er so schlechte Aktionen durchführt Jetzt hört er auf mich hier wegen Gespieler zu fragen Die mich nicht die Bohne interessieren Auch wenn es meine eigenen sind Überlegt euch ein paar Folgen lang Wenn es hier schlecht läuft So ein Chef alias Klaus Kinski mache Choleriker vorm Herrn Der bei jeder Aktion ausrastet Aber So bin ich nicht Müssen wir es nicht extra spielen Reichen zu, dass ich mir versuchen muss Jeweils hier mal Wörtlich Übersetzung In Lothar Matthäus Teil einfallen zu lassen Selbstgänger Ich glaube hier wird nichts ein Selbstgänger So wie wir spielen Und wenn wir die Chancen so nutzen Wie gegen Newcastle Können wir froh sein Wenn wir überhaupt gewinnen Auf dem Papier ein klarer Pflichtsieg Und eigentlich auch ein deutlicher Pflichtsieg Aber was heißt das schon? Zielvorgabe ist Meisterschaft Das heißt wir dürfen nicht noch mehr Punkte liegen lassen Arsenal ist vier Punkte weg Wir hätten ja beim letzten Mal ranziehen können Was kommt da schon wieder verloren? Ey ausgerechnet durch Daniel Adlung den alten Cottbusser Der Fronzek macht hier nur Müll So Adara Biojo nach seiner letzten Aktion Ruft heute wieder die Bank Wie lange bist du noch eigentlich verletzt? Zwei bis fünf Tage Okay Das werden wir aushalten können Gucken wir vor ein bisschen Für die Champions League ein paar Leute schon Aguero ist nämlich überhaupt nicht fit Nach seinem Nationalmannschaftsauftreten unter der Woche Der Bräune ist auch nicht so ganz dabei Isco ist platt dann Nasri in die Mitte David Silva genauso Dann lassen wir heute mal Jack Willsh hier antreten Roberts Dann spielt rechts Jabaleta Ach der ist auch platt Was machen die denn die ganze Woche über? Dann spielt Samir Nasri Und auf rechts Links Gholam Ja warum eigentlich nicht? Berahino und Eiling vorne Guck auf die sechs Wir nehmen mal den da mit Sterling Für Aguero Natürlich Süle für Otamendi In die Startelf Haben wir noch ein paar defensivere Leute? Jabaletas Mit der fitteste draußen Ich denke mal so können wir das machen Dann wollen wir mal Auch wenn wir ein bisschen durchrotieren müssten wir das heute eigentlich gewinnen So Eiling ist bei mir jetzt schon Schlüsselspieler Sergio Aguero steht heute nicht in ihrer Startelf Hat aus einem bestimmten Grund Er hat nur die Bräke Das ist alles Wir sind die Favoriten Also zeigt euer Können Attacke So Wulchi habe ich gesehen Der ist sogar englischer Nationalspieler Doch in der Startelf Bei mir ist irgendwie nur Ersatz Ach scheiß Flanke Nasri Schön Man sieht wir haben uns letztens Ich spiele mal wieder dieses 3-1-4-2 Das hat sich in letzter Zeit bewährt Wenn wir es nicht direkt umstellen Tor Ganz geil Von außen reingelaufen Was für ein Tor von Berraino Boom 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 Schön weitergelaufen und dann heiß-kalt verwandelt So muss es laufen Moment Du hast den Chat nicht offen Beziehungsweise kann ich nicht darauf zugreifen Weiß ich gar nicht was hier los ist Moment Geht auch im Let's Play nicht weiter Bei Twitch ist gerade irgendein Problem Probier jetzt nochmal naskul Ob der Chat offen ist Oder funktioniert Den Chat mal geleert Machen wir erstmal weiter Anhand dessen wann du antwortest Kann ich auch ungefähr abschätzen Wie viel Delay ich hier drin hab Das sind Probleme Die hat man nur bei Live-Aufnahmen Wenn ich jetzt Ich mal ab übernächster Folge Wieder so aufnehme Gibt es solche Probleme nicht Es macht ja mehr Spaß Live-Aufnahmen mit dem Publikum zu reden So jetzt spiel abgulam Oh leg den noch ab Was bist denn du für ein Ego Aus die Sau Oh David aus Pina ist hier Keeper Ich glaube National Keeper Boliviens Oder was Chile Die waren auf jeden Fall bei der letzten Ich glaube Bolivien Die waren bei der Oder Kolumbien Die waren bei der letzten WM dabei Und gar nicht so schlecht Bevor wir wissen was passiert Will ich wissen Der ist kolumbischer National Keeper Das sag ich doch Ulam Das ist ein bisschen wenig heute Schnelle Seitenverlagerung Schnelle Seitenverlagerung Schöner Freistoß Niemand geht dazwischen Werahino macht ihn rein Egal wer im Sturm spielt Er knipst Leht euch jetzt gar nicht zurück Attacke Oh das ist ein Anstoß Direkt zum Gegner Mal nochmal gucken Ja das sah ja ganz schlecht aus Hier Wir haben Anstoß Spielen die direkt zum Gegner Ich hoffe ja Das ist der letzte Anstoß War für uns heute Aber dennoch Wen wechseln wir denn aus Dann kriegt Adabari Jojo Heute nochmal seine Chance In die Mitte Für Joe Gomez Roberts für Nasri Eilinger hat noch Kein Tor oder Eiling Jedes Mal wenn der Spiel Trifft er eigentlich Die haben tatsächlich Josef Paulsen Von RB Leipzig geholt Bisher haben wir noch Gar nichts zugelassen Was eigentlich für ein Team unserer Klasse Standard sein sollte Schöner Ball Und Eiling macht die Bude Heute nicht Stirling für Berahino Letzter Wechsel Außen Der liegt hinten Wir scheinen das hier Ganz souverän Runter zu spielen Ohne jedes Problem Kann ich schon mal Fürs nächste Champions Spiel Verweitert stellen Jawohl Lichtsieg 2-0 Ohne Probleme Ob Klatschen Weiter geht Das war Wichtig Aber war natürlich Ist jetzt kein Wunder Dass wir gewonnen haben Arsenal hat zum Glück 2-0 verloren So Nazgul Geht der Chat Jetzt Würde mich ja schon mal Interessieren Ich kann ja mal gucken Solange wie ich speichere Was ich hier Aus Versehen Eingestellt haben könnte Dass es nicht geht Ähm Irgendwie sehe ich hier nix Na ja Machen wir weiter Also natürlich sind die Fans zufrieden Da haben ein paar Leute geschont Für die Champions League Waren ja auch nicht ganz fit Nach ihren Länderspielreisen So Nach ihrer Entscheidung Einige Leistungsträger Gegen Hal City zu schonen Müssen sie doch über das Ergebnis Beim Manchester City 2-0 Barclay Premier League Sieg Über Hal City erfreut sein Ja I'm very happy But The players that come in Were very good too Seid um Bereno auszuwechseln Obwohl er kurz vor dem Hattrick stand Löst über einigen Unverständnis aus Er kann mit dieser Entscheidung Nicht zufrieden sein oder Ja The game was won It was so good like won We have very hard Task in the next In the future So he had to He get the rest in the last minute Liverpool ist dritter So nach Manchester Gump dann Arsenal Also es gibt direkt Harte Gegner Leicester City Zwischendurch Jetzt gibt es erstmal Nur noch englische Wochen Würde ich ja fast sagen Dann werden wir jetzt nur noch das Champions League Spiel machen Dann starten wir direkt in der nächsten Folge Morgen früh bei Twitch Um Neun Denke ich mal Starten wir dann mit dem Oder in der nächsten Folge Für die die das Display gucken Starten wir dann mit Einem richtig geilen Derby Bei Manchester United Eigentlich meinem lieblings englischen Verein Ich würde mich aber schon jetzt wundern warum mir niemand in den Chat schreiben kann Ich ersetze jetzt keine Spieler Stream Verzögerung kann ich hier Irgendwie Reduzieren Was ist das hier? Irgendwie sehe ich hier keine Einstellung Man kann sich ja sogar eine E-Mail senden lassen Wenn ein gefolgter Kanal live ist Dann müsste ich ja Da ich ja die Rocket Beans zum Beispiel Dabei habe Müsste ich ja jeden Tag 20 Mails bekommen Es gibt bestimmt Leuten denen gefällt das Ich gehöre jetzt nicht dazu Wenn der Chat jetzt immer noch nicht geht dann weiß ich nicht woran das liegt Ich habe eigentlich nichts verändert Vielleicht spinnt Twitch auch ein bisschen rum Ich kann da mal was schreiben Achso Nazgul Nazgul schreibt außerdem Nieder das Video heute in HD Weshalb ich es mir nicht ansehen kann Weil das 20 Sekunden läuft 20 Sekunden lädt und dann eine Sekunde läuft Warum die Qualität heute besser ist Weiß ich nicht Also ist ja ganz gut Wenn es besser ist Aber die Qualität habe ich eigentlich nicht verändert Es müsste so sein wie immer Aber jetzt weiß ich auch warum du nicht schreiben kannst Das ist ein Problem bei Twitch Wenn man dir einmal das Video hängt Und dann neu lädt Kannst du nicht mehr in den Chat schreiben Weil du Delay hast Und das ist so ein innerer Filter von Twitch Dass die dann verhindern Dass dein Kommentar ankommt Weil du halt eventuell sonst Meilen mit hinter dem eigentlichen Programm bist Also jedes Mal wenn sich das Programm Ein bisschen länger hängt Müsstest du dir eigentlich den Stream neu laden Ansonsten Ja ansonsten Kann er dir das nicht anzeigen Oder du kannst im Chat nicht mitmachen Was haben sie dazu zu sagen Ich denke wir haben gute Chancen Und wir werden gewinnen Im Hinblick auf die wichtige Werte gegen Manchester United Planen sie da gegen Olympique Marseille einen zweiten Anzug aufs Spiel zu schicken Nein, nein, nein Ich habe keine zweiten Garnitur Ich habe mehrere Optionen Aber letztlich sind sie alle gute Spieler Wir erreichen die Halbzeit der Gruppenphase Sehen sie das als Chance Ihr Team so gut wie möglich zu beziehen Ja I want to do it best possible Heute ist irgendwie mein Stream in HD Ich meine das ist ja nicht schlecht Finde ich ja ganz gut Ich weiß nicht warum Also warum heute und nicht früher Tut mir leid für diejenigen Die das Display gucken Das ist heute ein bisschen irgendwie Hängt das ab und zu mal Weil ich in Twitch was gucken muss Aber ich denke mal Das kann man verzeihen Wir kommen ja doch voran dennoch Was, Jonas Zika wurde in der zehnten Minute ausgewechselt Da hat er sich ja richtig reingekniet Und das nicht mal als verletzt Na dann Na dann Ich werde heute nicht spielen Ich habe jetzt die Aufnahme neu gestartet Na ist gut also falls du jetzt nochmal probieren willst zu chatten Ich weiß nicht ob es jetzt anders ist oder nicht Keine Ahnung Ich habe jetzt auf Aufnahmen beenden geklickt Und die Aufnahme neu gestartet Aber eigentlich dürfte es daran nicht liegen So machen wir mal weiter Eric Dyer verteidigt heute zusammen Mit Niklas Otamendi Und mit Joe Gomez Der 6 spielt Jaja Touré Jaja der Touré De Bruyne links Ah De Bruyne rechts David Silva links Aguero und Berahino vorne In der Mitte Joao Mario Das kann man nicht so lassen Zusammen mit Samir Nasri Ansonsten sehe ich keinen großartigen Wechselgrund Irgendwas anders zu machen So Barisit kommt mal Guck mit hier hin Das kann so bleiben Attacke Na Abend Cloud So Nasco jetzt lese ich deinen Chat Ich weiß nicht woran es lag Vielleicht ich hätte Ich habe ja den Stream von Ich hatte ja am Anfang noch dieses Bild Wo da steht Start 21 Uhr 20 Und habe den Stream gar nicht beendet Sondern nur die Aufnahme Deswegen kann ich dir nicht sagen Woran es liegt Das Video ist leider immer noch in HD Weshalb mein Wohner im Internet Nicht ganz hinterher kommt Ja Tut mir leid für dein Internet Aber dass es jetzt in HD ist Es ist natürlich nichts Was mich besonders ärgert Sondern eher was was mich freut Ich hoffe du kannst trotzdem Ein bisschen was nachverfolgen Und wir machen jetzt mal weiter Dritter Champions League Spiel Spieltag Auswärts in Marseille Wir haben gegen die Bayern Nur einen Punkt geholt Gegen Ajax klar gewonnen Wir müssen heute eigentlich gewinnen Dann haben wir die halbe Miete Fürs Weiterkommen Fast schon im Sack Ich würde gerade sagen Noch 300 kmh Knapp daneben Zuletzt haben wir uns nicht nur Offensiv gefangen Wir haben uns auch Also wir haben natürlich Weiter viel Schrank begeben Wir haben uns vorhin Den Defensiv gefestigt Anfang gab es ja Gegen Tora Ongmas Mittlerweile sieht das schon Ganz gut aus Das ist ja auch wieder Dieses 3-1-4-2-System Halt defensiver Als ich es am Anfang Interpretieren wollte Spiel noch defensiver Als ich es machen würde Wenn ich die Wahl hätte Zwischen zwei funktionierenden Systemen Das war schlecht Ich weiß sogar nicht Warum die Weiß anhaben Und wir Weißblau Das ist irgendwie ganz komisch Ist der Wilfried? Tatsächlich Ich wusste doch Das ist doch der Der mal bei Manchester United war Oder? Genau Gut Das wollte ich noch wissen Ich hänge also bestimmt Schon 6 Minuten zurück Aber sonst läuft's Schreibt Nascool Aber wir vergeben Derzeit eine Großchance Und ich weiß nicht Wie weit du hinterher hängst Also ich bin gerade Im Champions League Wie gut Wenn du 6 Minuten hinterher hängst Und ich sage Dass ich im Champions League Spiel bin Hörst du es ja auch erst dann Gut Das war natürlich Blödsinn Das jetzt zu erzählen Wir haben schon die erste Großchance Wieder in den Sand gesetzt Und die Bayern ebenfalls gewinnen Brauchen wir noch einen Sieg Um weiterzukommen Oh nee Da musst du rüberlegen Das geht ja nicht so eigensinnig Sehr schön Oh nee Ey Mario Das ist halt wieder Eine Verschwendung Von Chancen Ja unglaublich Was Bitte was ist denn das Schon wieder So einen Scheiß Hat man doch Gegen Newcastle erst Der Gegner ohne Schank Gommes rennt am Ball vorbei Hart rennt am Ball vorbei Was ist denn das Was sind denn das für Tore Der Gegner hat keine Chance Und trifft durch ein geschenktes Tor Was sich niemand erklären kann Das ist wie in Newcastle Das Ding Ist ja unglaublich Da kann ich mal den Rückpass von Gommes Der viel zu kurz war So Gegentor Da zieht es dir die Schuhe aus Was Beziehungsweise manchmal lädt er auf dem aktuellen Zeitpunkt Da verpasse ich aber halt alles Was seitdem passiert ist Das heißt eventuell bekomme ich die mit Falls du mit mir redest Ja okay Ich rede jetzt mit dir Nasko Wenn du es nicht mitbekommst Dann rede ich nicht mit dir Und wieder lässt Utamendi den Ball vorbei Ey Freunde Das Tor war gerade ein ziemliches Geschenk gewesen Also was heißt Geschenk Das war einfach dumm und dümmer Wobei wir wieder hoffen Chancen vergeben haben Und jetzt rennen wir hier im Rückstand hinterher Oh jetzt trifft er den Pfosten Ernsthaft Manager Was hast du gegen mich Und wir produzieren halt sehr viele Großchancen Das ist gut Defensiv stehen wir auch ganz gut Bis auf dieses eine Ding gerade Leider nutzen wir unsere Chance nicht Und schenken dem Gegner Tore Die in Newcastle Und da wird gar nicht angegriffen Chivo trifft auch den Pfosten Dennoch die Führung von denen ist mit keiner Überlegung rechtfertigt Ich lasse mit mir verhandeln und sage Das Unentschieden von denen wäre eventuell in Ordnung Wenn nicht deren größte Chancen geschenkt wäre von mir Am besten noch vor der Pause mal einen Ausgleich schießen Der Nasri läuft völlig falsch Jetzt rüberlegen Was machst denn du Du spielst ja nicht in die Mitte Ja warum wir hier zurückliegen Das weiß niemand Das ist ja unglaublich Ich warst da kollektiv versagen Aber so schlecht war es eigentlich gar nicht Nur wir liegen halt hinten Wir müssen das jetzt umdrehen Ja Und der Mandy drückt den über die Linie Zum Pullerkopfball Aber das reicht Standard-Situation die wir mal verwandeln David Silva köpft Ota Mandy Der Kula Der Keeper auf der Linie steht irgendwie ganz schlecht Aber es reicht So jetzt müssen wir das Spiel gewinnen Jetzt haben wir den dummen Fehler schon mal ausgeglichen Aber dennoch irgendwie noch nicht genug gemacht Jedes Mal bei diesen Rückgaben denke ich mir Gleich scheppert es wieder Weil der Ball wieder zu kurz ist Ja Silver Schön dass du mal langsam nachkommst Mario Ey Ist der den morgen dann da noch halten Ich flippe aus hier So David Silva Das war halt nicht das gelbe vom Ei Jetzt müssen wir Regime Sterling mal über links spielen Einwurf zum Gegner geworfen Sensationell Ja okay Ich wollte gerade sagen Nasri kannst du eigentlich auch auf Berahino durchstecken Ungefährlich Sehr schön Der Mandy mit gutem Tackling Und auch mit dem wichtigen Tor vorhin Wir führen immer noch nicht Es fehlt immer noch ein Tor Oh nee Alter Das war wieder schlecht verteidigt gerade Und jetzt ist es Manager Die haben zweimal den Pfosten getroffen Damit können wir darauf wetten Dass wir auch noch ein zweites Mal den Pfosten treffen werden Oder die Latte Darauf können wir eigentlich jetzt schon wetten abschließen Währenddessen Besser Berahino hat genug Oder von ihm habe ich genug gesehen Dann bringe ich mal Patrick Roberts Obwohl Ich werde den Bräune auf rechts stellen Dann geht Sabaleta auf links Auf rechts Und den Bräune auf links So rum Man sieht wir faulen viel weniger In der neuen Taktik Nicht nur heute so Ist allgemein so Jetzt habe ich natürlich nicht gerade den vorn Auf den man sich immer verlassen kann Wenn man ihn braucht Die Großchancen verwertet Jetzt leg rüber Oder Schieß ihn doch nicht drüber Was machst du denn du? Sehr schön Oder Mandy Und Roberts kommt noch Oh je Oh je Boah Wichtig abgeblockt Gegen Ende wird das ja immer schlechter Die verdienen sich im Nachhinein immer mehr den Punkt Oh Agroero ey Du bist heute wieder ein Chancentod vorm Herrn Natürlich führen die Bayern in der Zwischenzeit Wir haben tatsächlich nicht gewonnen Am Ende können wir glücklich sein darüber Aber was wir an Chancen weggegeben haben Und was wir an Gegentor wieder bekommen haben Das ist nicht zu fassen Naja wenn wir das Rückspiel gegen Marcel gewinnen sie mal eigentlich auch so gut wie weiter Natürlich werden die Fans frustriert gewesen sein Wenn der Champions League zählt am Anfang erstmal was weiterkommt Der Rest ist dann egal So das war's Bespeichern Beim nächsten Mal steht dann das wichtige Spiel gegen Manchester United gleich zu Beginn auf dem Plan Danach ist wieder Capital One Cup gegen Leicester City Und dann kommt auch schon Arsenal zu uns Also die Spiele nehmen an der Wichtigkeit nicht gerade ab Und Das waren heute auch nicht gerade unwichtige Spiele Irgendwie kommen wir nicht so ganz in Schwung Aber es sieht auch nicht so schlecht aus Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Bei Twitch Morgen früh um 9 Bei YouTube In der nächsten Folge Bis dahin Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.